Hallo und willkommen zu diesem Capstone Video. Wir sollen diesen Term soweit es geht vereinfachen und auf einen Nenner schreiben. Wir können bei Bruchtermen genau dann auf einen Nenner schreiben, wenn diese Nenner alle gleich sind. Da das hier schon der Fall ist, brauchen wir gar nichts weiter unternehmen und können also alles gleich auf den Nenner x schreiben. Also 1 plus a minus b. Eine weitere Vereinfachung im Sinne eines Kürzens ist hier nicht mehr möglich, da keine gemeinsamen Faktoren mehr auftreten und damit haben wir dieses Beispiel somit schon fertig gelöst.